Was ist der Business Summit? Der Business Summit ist ein Event, das sich an Fach- und Führungskräfte aus der Region richtet. Dabei geht es darum, diese Menschen zu inspirieren, ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen und ihnen auch einen Blick in die Zukunft zu geben. Das Thema Innovation ist hier sehr groß und dahingehend haben Magdalena und ich auch einen Start-up-Pitch-Contest in diesem Event aufgebaut. Das heißt, ein Agenda-Punkt ist, dass innovative Start-ups ihre Geschäftsideen pitchen, das heißt vorstellen. Das ist natürlich eine Möglichkeit für ein Start-up, diese hochkarätige Bühne einzunehmen und vor 250 Fach- und Führungskräften aus der Region zu präsentieren. Und natürlich vor der hochkarätigen Jury, wo unter anderem ja auch Wilfried Hopfner von der Raiffeisen mit dabei ist und hier quasi ein Experten-Feedback einzuholen. Es erwartet einen ein recht bunter Mix aus Keynotes von etablierten Speakern, wie der Matthias Horx, der ein Trend- und Zukunftsforscher ist, der Gerd Wohland, der ein Systemtheoretiker ist, der spannende neue Ansichten auch reinbringt und quasi die Zuhörer auch challengen wird, herausfordern wird in ihrem Denken. Wir haben auch Impulsvorträge, die Marianne Grobner von der Fachhochschule ist hier quasi Dozentin hier bei uns und wird darüber sprechen, braucht es überhaupt noch Führung in Zeiten von Agilität, in Zeiten von Homeoffice und dergleichen, ist es überhaupt noch nötig? Wir haben den CFO von Zeiss hier, der Herr Spitzenpfeil, und wir haben den Herrn Reitmeier von Zumtobel hier, der über neue Geschäftsmodelle in etablierten Unternehmen sprechen wird. Also ein bunter Mix aus vielen unterschiedlichen Aspekten, Perspektiven, das wir, glaube ich, inhaltlich sehr bereichern werden. Und andererseits hat man natürlich auch diesen bunten Mix an Personen vor, den du auch schon angesprochen hast. Ich glaube, das ist auch noch mal bereichernd. Es sind talentierte Studierende hier, es sind Start-up-Unternehmer hier, es sind Manager, Fachkräfte hier, es sind Forscher hier aus unseren Forschungsinstituten, Dozenten hier. Also das wird ein richtig guter Mix, eine explosive Mischung, sage ich mal, für Ideen. Und ich glaube, hier kann man im Austausch untereinander sicherlich auch noch mal viel mitnehmen. Und ich glaube, hier kann man im Austausch untereinander sehen.